In diesem Video erfährst du zwei neue Gutschein-Codes für T-Shirts. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst hier ein kleines Sondervideo von Star Stable Online. Der eine oder andere wird es schon mitbekommen haben, dass es einen T-Shirt-Code gab, einen neuen. Und zwar am Samstag kam der, glaube ich, raus für dieses T-Shirt, was du jetzt hier siehst. Wer es noch nicht hat, der Code für das T-Shirt ist MX2016. Jetzt ist das aber nicht das einzige T-Shirt, was neu rauskam. Bei meiner Runde heute über Facebook und Twitter und Co. habe ich gesehen, dass ein neuer Code rausgekommen ist. Und zwar für ein chilenisches T-Shirt. Das siehst du jetzt hier. Das T-Shirt hat leider keine Werte, aber ich finde, es sieht echt ganz süß aus. Man könnte es theoretisch für 50 Jorvik-Schillinge auch verkaufen, wenn man es denn nicht haben möchte. Und der Code lautet Chile2016. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den T-Shirts und ja, einen guten Start in die Woche. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch. Deine Damakasch. Deine Damakasch. Deine Damakasch. Deine Damakasch. Deine Damakasch.